einen wunderschönen dienstagmorgen ich fahre wieder nach flensburg diesmal nach tarp und gebe dort wieder heute in training genau das gleiche wie gestern macht mir unglaublich viel spaß und back to the roots was für ein schöner sonnenaufgang ich wollte nur sagen dass ich gestern also heute ist schon wieder heute aber gestern habe ich nicht mehr gefilmt habe ich noch ein paar pommes gegessen und das war es dann aber auch mehr habe ich gestern nicht gegessen mensch jetzt habe ich ganz vergessen zu filmen und zwar haben wir heute pizze hier gemacht es ist mittags mein frühstück ist ausgefallen nachher gibt es noch kuchen und hier sind die pizza kartons also pizza gab es heute ein schöner trainingstag in tarp geht vorbei und ich fahre jetzt nach glücksburg weil ich hier heute übernachte weil ich morgen früh hier schon wieder ein training gebe und ich fahre jetzt ins hotel und mache mir einen schönen abend jetzt bin ich hier bei meinem hotel und ich habe ein wunderschönes zimmer und mein gerät macht hier die ganze zeit irgendwelche geräusche wunderschönes zimmer bekommen mit einem tollen großen hellen bad ist ja wirklich schön hier meine hüte kann sich sehen lassen super ich habe mir gerade so richtig schönen wellness abend gegönnt hier im meyerhof in glücksburg ganz toll ich bin jetzt hier gerade bei der umziehkabine und es ist total schön hier ach ich liebe es wird sich hier beim alten meyerhof und macht ein schönes abend jetzt gibt es einen herrlichen karamellisierten ziegenkäse mit salat kinders nehmen jetzt gibt es hier noch ein creme brulee mit latte macchiato wow was für ein schmauk wunderschönes zimmer Bis zum nächsten Mal.